hallo und willkommen zurück alle lieben freunde ja nach langer zeit kommt endlich mal wieder ein video ja und die doch kommt es mit dabei den mann kommt versteht egal ja mir ist heute nichts besseres eingefallen deswegen stehen wir einfach mal auf hypixel ja okay ich würde sagen wir spielen einfach mal im team modus wir werden in dem team bauen hast du schon drauf ja das wird lustig possible teammates the red gamer steht bei mir gerade schön an der seite okay welches thema am strand stern bär glühbirne oder motorrad ach komm motorrad kann man das noch mal strahlt okay warte lasst mich mal kurz ausmachen so wie kalt diese musik ausmachen das könnte ich komplett geschützt sein was da drin filmen erstmal mit sand auf übernimmst du das eben schon mal hier ein bisschen um treiben verabzustimmen bringt jeden mehr spaß ja sehr gut also es ist wirklich per worten ich sag mal nur minecraft wo dann dream irgendwie hier seine follower dazu angestiftet hat alle von glowskull zu roten klaus wird ich finde überhaupt nicht gut ich hätte lieber diesen eisologen oder als kreis irgendwie jetzt keine ahnung als worte ich fand ich guter ich fand die nur volumens ganz lustig wir haben doch schon zwei varianten von maschinen kühe braunen und roten er braucht mir doch nicht so ist mir wunderschöne pfeil nachschatten guck mal weiß der stets auf der pokusnüsse gibt also kann man jedes panzer aktivieren ja zu und würde ich gerne mal gibt es nicht okay wo das haben wir hier noch so banner biome und sie ist ein pc ist wie wäre es mit zwischen die kreis muss der halle versteinten kürbis koch dj dj wäre gut so vielleicht noch roting mode das sagt ich habe auch der zu der keine wille gemacht okay dann mache ich mache ich mache ich mache okay mehr und gut was soll jetzt ja gibt ja mal solche leute ne das ist ja so ein kleiner wasserpark oder so was ist da gleich entstanden melonenbaum also das sieht mega cool aus hier finde ich zumindest ja das ist schon cool hier alle menschen dieser melonen baum bei mir braucht es immer drei millionen jahre was ist was ist die wahl in der hand für die wahl in der hand geht ja gut kacka 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 äh ohr o mein die zyotropischen insel oho ooo oho otto oho 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 ihn erhessen bis dahin ist was über meinen abstehen ist amateur ich bin amateur wieso bin ich amateur da waren die blau genau auf jeden fall ist es noch eins weiter machen wenn wir das zu machen müssen noch ein paar kleine beinchen machen weißt du dann machen wir es hier einfach einmal kurz blick da kann man doch nicht oder von außen wenn man es der glas ist das macht die illusion kaputt schade jetzt bestell ich mir noch gelbes glas eben das ist die kunden einfach nicht erst reinkommen k die kippen er er guck mal die ich glaube ich habe hier nebenbei was sehen das sind die würde das kriegen wir für unsere wunderschöne biene also ich muss noch und nein nein sie ist dabei leute Das geht für was. Achso, das ist einer auf zwei Beinen. Wuhu! Oh, ich kann hinten rein. Ja, es ist mini Häuschen da drin. Ja. I like Jazz. I like Jazz. Wir sind Dritter! Wuhu! Aber hat bei dem legendär geregnet? Ne, es war doch bei der ersten. Na ja, Leute. Dann war es das Opfer von einer kleinen Runde Build Battle with the Dogcraft. Und ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend. Macht's gut und ciao. 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 Ciao.